Oh nein, töte mich nicht. Wäre peinlich. Ist das ein Gegner oder was? War das ein Gegner? Ja klar war das ein Gegner. Alter, war der Schlecht, dachte ich wäre ein Minion. Hallo zusammen und willkommen zum nächsten Testvideo von dem Alienware Laptop und zwar habe ich heute mal ein Titanfall T-Shirt an. Also spielen wir auch Titanfall. Auflösung ist auf Maximum, der andere Scheiß auch und ich bin Level 27 und jetzt geht es einfach mal los. Aber wenn ihr das ganze Ding mal sehen möchtet, dieses Laptop, einfach mal unten in der Videobeschreibung gucken, da ist ein Link zu und dann zieht es euch mal rein. Hier im Moment auch eine Aktion. Also könnt ihr vielleicht von profitieren, falls ihr euch gerade oder falls ihr gerade mit dem Gedankenspiel euch einen Laptop zu holen. Also versuchen wir mal. Wir gehen das Ganze mal in Multiplayer-Spielen rein. Wahrscheinlich werde ich jetzt, da das nicht mal ein Standard-Equip ist wie vorne an dem anderen Rechner, werde ich wahrscheinlich ein bisschen ablosen. Also sage ich direkt von vornherein, damit ich nachher eine Ausrede habe und ich scheiße da stehe. Wir machen Materialschlacht, weil da geht es ja auch um die kleinen Minions und ich werde glaube ich den eigenen Pilot nehmen mit der Smart Pistol und den Sidewiner, den Hammond, Splittergranate, Tarnvorrichtung und der Powerzelle und Fußvolkdetektor. Ausgezeichnet. Warten wir einfach jetzt mal ab, bis die Runde beginnt. Wir können Freunde einladen, will ich aber nicht machen und Teamkameraden werden gesucht. Burncard 26. Eigentlich sollte ich die mal auswählen oder benutzen. Zeigt alle 10 Sekunden sämtliche Gegner auf der Minikarte an. Der Ausstieg aus einem Titan ist eine größere Nuklearexplosion aus. Ausgezeichnet. Wird verbunden. Oh, wir haben anscheinend Leute gefunden, mit denen wir spielen können. Das ist natürlich vorzüglich. Oh, dein Stapel ist voll. Ich vergesse auch jedes Mal diese Dinger zu benutzen. Okay, Laptop dreht hoch, also es scheint jetzt gerade was zu passieren. Schocka. Ich meine die Burning... Was ist das denn? Oh. Adrenalin-Transfusion. Als Pilot permanent stimuliert, zusätzlich zu einer Piloten-Tarnfähigkeit. Als Pilot permanent stimuliert. Ah, okay. Zusätzlich zu deiner Piloten-Tarnfähigkeit. Versuchen wir einfach mal. Keine Ahnung, was er mir damit sagen möchte. Und wir haben momentan 60 fette FPS hier drin. Das ist geil, weil wenn ich jetzt zum Beispiel Minecraft spiele, das wird relativ weit runter reduziert. Egal auf welchem System, ob Laptop oder Heimrechner. Aber das hier läuft. Obwohl ich ja gerade auf der Festplatte, auf der das Spiel installiert ist, aufnehme. Was eigentlich auch immer eine zusätzliche Belastung für den Rechner darstellt. Hier ist übrigens ein i7 drin. Windows 7 ist halt hier noch drauf. Gibt es auch in 8, wenn ihr wollt. Je nach Bedarf. Meine anderen Rechner sind übrigens in Windows 8. Nur mal so. Oh, Springen. Piloten können Explosionen von dreifach Bedrohungsrandern überspringen. What? Ich glaube, der Dead Sheep, der zockt halt auch relativ regelmäßig. Und der ist, glaube ich, schon... Heißt das hier auch Prestige? Prestige 2. Fängt quasi wieder von neu an. Und hat so eine 2 da dran. So. Und wichtig ist bei Materialschlachten nicht, dass man viele Piloten ausschaltet. Sondern vom Prinzip her viele Minions killt. Weil damit kann man hauptsächlich gewinnen. Wenn der Level mal geladen hat. Aber die laden ja sowieso... Oh, da sind wir. Pilot Nummer 2. Sprung in 3. 2. Und Titan Nummer 1. Oh, warte. Burn Card. Ich hab keine Ahnung, wo ich die genommen hab. Aber ich wollte irgendwas verraten. Okay. Die Materialschlacht beginnt. Ich bin getarnt. Yeah. Meine Maus ist viel zu langsam. Yeah. Oh, jawoll. Achso, gehört zu uns. Alles klar, Kollege. Da sind ganz, ganz viele Minions. Minions. Mehr Minions. So weit weg. Und das ist so weit von geil, ne? Das ist so... Okay, ich wollte gerade sagen, lauf. Aber das war wohl nix. Burn Card auswählen. Ich muss jetzt einfach mal raushauen. Satelliten ablenkt. Alle 10 Sekunden, alle Piloten auf der Minimap. Oder alle Gegner. Ausgezeichnet. Aber die Maus ist viel zu lahm. Ich glaub, ich hab jetzt hier 30 Zentimeter. Hört sich zwar komisch an. Okay. Ah, da kommt immer so ein Geräusch. Ausgezeichnet. Oh, fuck. Oh, nein. Hört mich nicht. Sehr peinlich. Ist das ein Gegner, oder was? War das ein Gegner? Ja, klar war das ein Gegner. Alter, war der schlecht. Dachte, er wäre ein Minion. Guck mal. Oh, war geil. Ich mein nicht, dass ich jetzt besser, war, aber... Für Sonnen gehe ich da, war das nicht so gut. Jawoll. Minions. Fand ich, der Pilote hinter mir. Oh, nein. An anderen Teilen. Ja, fick dich doch, ey. Mit so einer beschissenen Scheißschröte. Burnicards geballte Ladung mal. Weil jetzt müsst ihr eigentlich mal einen Titan runterkommen, oder? Und ein, ein, zwei Sekunden noch. Wenn ich bis zu einem Tod bin, dann habe ich nix von meiner Karte. Okay, wir kriegen ja richtig den Arsch wohl. Okay, mein Gott. Ich muss sagen, läuft sehr geil, läuft stabil. Ich halte einen Bereich. Und ein V-drück. Okay, drück alle Platteiten. Drück alle plat, mach alle plat. Sehr gut. Wenn ihr mich jetzt platt macht, ich explodiere Hartford. Oh, nein. Ich wollte ihn, ich wollte ihn boxen. Okay, jetzt, jetzt. Bäm. Okay, war schon geil. Aber, ähm, war jetzt nicht so geil, wie ich eigentlich dachte. Ich hätte ja auch ein bisschen mehr auf Taktik machen können, und nicht einfach drauf. Aber egal, geht ja jetzt nicht darum. Geht ja um Action, um ein bisschen zu langsatz. Und da war ja jemand. Minions killen. Minions kann man auch sehr gut machen zum Leveln. Also Minions sind diese Soldaten, diese NPCs. Okay. Das war nur ein Roboter, der konnte nix abführen. Oh, fuck. Und da bin ich unsichtbar. Da bin ich richtig geil unsichtbar geworden. Oh, das ist nicht. Nein, der ist ja tot. Sehr gut. Na, mein Kollege. Ausgezeichnet. Kopfschuss Mafia. Ja. Ansonsten nur noch fette Zeiten. Ich habe jetzt einfach mal die Burning Cards von gerade rausgehauen, weil sonst sind die nachher über. Und da muss ja nicht. Oh, fuck. Da ist eine Wand. Man sieht ja schon, wie ich mit der Maus hier rumrühren bin. Nein. Schau wieder rein. Da sind viele Minions. Ich bin jetzt hier uns bereit. Oh, das ist ja gar keiner. Super. Und ich renne extra hier hoch, Mann. Fuck. Er ist schon tot. So, Titanfall in einer Sekunde ready. Und ich kann einsteigen. Sehr geil. Ja, geil. Titansteuerung. Ich bin auch bei diesem mega geschützt. Da müsste eigentlich sowas von... Ja, dankeschön. Ist das ein Gegner oder was? Nee. Das ist ein Gegner. Und er wundert sich jetzt. Wo kommt der denn her? Schieß auf mich drauf. Oh nein, mein Gott. Komm her. Komm her. Komm, komm. Der muss doch erwischt werden. Ach, leck mich doch. Da war ich wohl nicht so gut. Nein. Okay, egal. Kann man nichts machen. Läuft. Guck mal, da komme ich genau im Weg. Tot. Wie sieht's denn von den Punkten aus? Alter. Super schlechte. Also nicht wir, sondern ich. Ich und wir natürlich. Ich glaube, ich habe die meisten Minutes gekillt. Von allen. Es ist vorbei, Jungs. Wir haben verloren. Oh nein, wir haben verloren. Ich habe sogar an. What the fuck? Woher kam er denn? Oh, ich lebe noch. Echt? Ich habe noch ein Leben? Wie genau sind die? Krass. Super krass. Guck mal. Wie wir hin und hat. Genau, er springt den Dreimer an. Der hat sich eben schon richtig aufgeregt, der Typ. Richtig geil. Genau, läuft rum. Bam. Gut Zopf. Das geht gut Zopf bei denen. Ankunft in vier Sekunden. 98 Meter. Der gehört ja sogar zu uns. Fällt mir gerade mal auf. Geil. Aber eigentlich nicht schlecht, was er da macht. Vor allem voll die Riesenwaffe. Oh, jetzt wurde er kaputtgeschlagen. Nein, Bergungsschicht startet. Krass. Fließt er im Wesen raus? Nee, er wurde kaputt gemanscht. Okay, was haben wir gestern? Materialschlagpunkte 29. Vorletzter Platz. Vorvorletzter Platz. Okay. Titan Kills einen. Fuß voll Kills 25. Fast. Also zweiter Platz in Fuß voll Kills. Und vier Verluste? Habe ich jetzt nicht mehr gesehen. Egal, die könnt ihr ja zurückspulen. Auf jeden Fall danke, dass ihr zugeguckt habt. Über eine Bewertung würde ich mich freuen. Also Daumen hoch oder Daumen runter, je nachdem ihr das Video fandet. Checkt nochmal die Videobeschreibung aus. Und ansonsten sage ich einfach mal, bis im nächsten Video. Haut rein. Tschüss.